Jetzt ist April und es hat sehr viel Schnee und es ist Ostern. Wie ein Schleier stammt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter, verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen. Plötzlich nicht die Gunglaufe. Äpfel-Makarone. Ihr läuft jetzt alles auf den großen Tamm. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchtrinkt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee, in der Luft sich baracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen. Ostern, Kanto Nuri, überall spiegeln. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter, verborgen und dann würde das, was so groß und wichtig erscheinen. Das ist typisch weit, Äpfel-Makaronen. Ich sehe ihr noch lange nahe, sehe die Wolken erklimmen, bis die Lichte nach und nach ganz im Regen grau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton, das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter, verborgen und dann würde das, was groß und wichtig erscheinen. Heute ist 8. April und es hat so viel Schnee. Hier ist dies, aber kann man Leadsk wildlife aufnehmen. So разв